Oh, meine Augen. Oh, ich bin voll am Heulen. Oh, fuck. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück. Ich bin der Yoshi und ich habe mich natürlich sofort entschieden weiter zu spielen. Life is Strange Episode 3. Ja, und in der letzten Folge, die etwas langwierig war, meiner Meinung nach, haben wir die Schlüssel geklaut von Frank. Und das ist sein Wohnmobil. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal das Wohnmobil auf. Und ich bin immer gespannt, was da so drin wartet. Ich glaube, da ist ein Hund drin. Ich höre da nämlich die ganze Zeit einen Hund knorren. Ich konnte es nicht ohne Frank. Jetzt gehen wir in und raus. Du brauchst das, Max. Auf der Mark, get set. Erwerben! Geh den Tret, Tret, Junge! I think we just made that dog our bitch. Get it? Now we can snoop in peace. But let's not waste time. Teh's all about Zeus. The doggy is busy now, but he might come back. Damn. I thought my room was a shithole. Rachel, you're not a creepy drug dealer. Frank has issues, but he's not creepy. At least I didn't think so until I saw him with Rachel's bracelet. Oh, we could cruise everywhere in this bad boy. Can you see us heading down the coast of Big Sur and beyond? Yes, we'd be tearing up the highway. And you'd probably want me to kiss you again. Chloe, we're on a schedule. We need clues about Rachel. I know. Just daydreaming. Boah. Aber so kann ich mir das auch vorstellen. Das ist echt... Mit einem Wohnmobil, vor allem mit so einem schönen großen... Einfach nur am Meer entlang fahren. Das ist schon echt schön. Das ist echt so ein kleiner Traum. Von mir. Das ist echt... Wunderschön. Frank must have a reason to keep a police radar on your body. Okay, ich mein, vielleicht meiner würde etwas sauberer aussehen. Vielleicht. Etwas sauberer. Hi-Fi-Anlage. Was hat der denn hier so alles drin? Ein Waschbecken? Naja. Ja, also ich bin auch echt unordentlich, aber... Das ist jetzt vielleicht ein bisschen krass. Boah, stell dir mal vor, damit stehst du an der... Stell dir mal vor, ihr raucht so. Also ich bin... Ich muss ehrlich sagen, ich rauche nicht. Aber stell dir mal vor, ihr habt so eine Zigarette. Und dann alle holen sie ihre Vollzeuge aus, machen ihre Zigarette an, du holst so einen Bunzenbrenner raus. Das habe ich mir schon total aufvollgestellt. Das muss richtig lustig sein. Ist das für Frank oder ist er jetzt? Ich habe das immer allen meinen Kumpels vorgeschlagen, weil die fast alle rauchen. Oh, und der hat hier sogar einen Traumfänger hängen. Ein Buch. Ist Frank jetzt online zu handeln? Leitfaden zum Handelnwipp für Noobs. Lüftungsschacht. Ich könnte diesen Fendt öffnen mit dem richtigen Werkzeug. Also bräuchte ich ein Werkzeug, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass... Ich meine, ein Lüftungsschacht ist schon... Da kann echt was drin sein. Also das ist schon geheimnisvoll. Oh, Franks Stache. Da ist auch noch einer. Okay, dieser Wind ist los. Ich brauche etwas, um es öffnen. Wow, was ist der denn mit dem Kumpel? Stopp! Also Leute, wir bräuchten irgendwas, um die Lüftungsschächte aufzustemmen. Äh, ein Messer. Das ist fast so gut wie ein Setz von Schläten. Wir probieren es mal damit, damit müsste es theoretisch gehen. Meine Blatt wird irgendein Portal öffnen. Aha. Aha. Geheimnis gefunden. Oh Mann. Rachel und Franks Stache. Ich weiß nicht, ob ich mich bemerken würde, wenn ich mich bemerken würde. Okay, lesen wir das mal. Leute, ich entschuldige mich übrigens. Ich bin total der schlechte Leser, aber ich versuche es trotzdem immer so ein bisschen... So ein bisschen. Hoffe, du liest das morgens als erstes. Tut mir leid, wegen letzter Nacht. Ich war ein fieses Biest und hab's... Ah, warte mal, wer hat das denn jetzt geschrieben? Ach, sie hat das geschrieben, okay. Ich war ein fieses Biest und hab's an dir ausgelassen. Unterm Arm... Pompidou. Ist das der Hund? In meinem Leben passiert eine Menge merkwürdiger Scheiß. Und manchmal habe ich den Eindruck, ich komme nie aus Arcadia Bay raus. Ich danke Gott für dich. Du bist eines der besten Dinge, die ich hier habe. Und der Gedanke an zusammen bringt mich zum Lächeln. Lass uns einfach Richtung Horizont fahren. Liebe dich auf ewig. Rachel. Oh, das ist aber süß. Das ist aber wirklich süß. Auch irgendwie sehr traurig, aber sehr schön geschrieben. Frank... Frankie B. Nehmen wir das mit? Wir können das doch nicht einfach mitnehmen. Können wir das hiermit auch aufstemmen? Ah, nee, nee, nee. Das war ja gar nicht... Oh, das war ja der hier. Ach okay, muss ich gar nicht mehr. Ich habe das Buch. Aber warum nehmen wir das jetzt mit? War da noch irgendwas drin? Das macht mich so krank, dass Rachel posed like this for Frank. Ich habe ihn love mutters. Ich kann nicht glauben, dass sie das mit Frank bangen. Rachel straight up lied zu meinem Gesicht. Warum hat sie nicht gesagt? Weil sie wusste, wie du reagierst. Und sie war nicht so ein Freund, huh? Just eine andere Person, die all über mich verletzt. Warum hat sich jeder in meinem Leben verletzt? Mein Vater wird verletzt. Du hast mich verletzt, du hast mich verletzt. Meine Mutter glommst auf dem Stepfucker. Jetzt Rachel mich verletzt. Chloe, Rachel ist missing. Niemand hat dich verletzt. Bullshit! Du hast völlig verletzt, Stepfucker. Fuck everybody. Chloe! Bitte sehr schregen. Hä? Hat er nicht gesehen, dass dein Hund draußen saß? Und Kate Marsh Yes, Kate Marsh killed herself She's dead Such sad, okay? That doesn't make me feel better about my fucked up life, get it? So who do you most want to blame? My fucking dad, of course Hello? You blame William? Really? Yes, I do, damn right He chose to go out that door and leave me forever Chloe, your dad didn't choose to leave you I know that, Max My mom actually blames herself Just because she wanted a ride home from work Sometimes, even I blame her No, you don't Yes, Max, I do Do you know what it's like to wait for your father to come home when you're a kid? And he never does? No, of course not But I was with you that day It was just a terrible accident I wish that made me feel better But ever since he died, my life has been dipped in shit You don't want to hear this But you're still here Alive With me And that is no accident You're right I don't want to hear this Chloe I can't do this out on my own I need you with me And Rachel needs you Also bei Chloe geht da alles drunter und drüber And this is what I'll tell you And this is what I hear Oh my god, what is happening now? I can't even see Warte mal, rechte Maustaste, linke Maustaste? Hä, what the fuck, was ist das? Ich verstehe jetzt die Steuerung gerade irgendwie nicht. Hä, warte mal, linke Maustaste und rechte Maustaste. Benutze A, D zum Finden des idealen Punktes. Ja, aber das, haltet das nicht mehr. Mach mal. Ja, da. Ich bin kein Foto für die Schmerz. Jungen, die Schmerz von Schmerz von Schmerz von Schmerz von Schmerz. Ich hoffe, das ist nicht etwas Schmerz von Schmerz von Schmerz. Das ist ein Schmerz von Schmerz. Nichts, bis ich es sehen. Nein, du ja, die Ruhige, Dad. Max, erzähle ihn. Hey, du schmerz auszuse. Ja, du bist okay? Ja, ich bin einfach... Ja, ich bin gut. Okay, Chloe, gib mir die thumbs-up oder die thumbs-down. Of course. Now, was ist das? William ist hier. Und Chloe ist nur ein Kind. Am ich das weit zurück in Zeit? Ich bin 18 Jahre alt, in meinem 13 Jahre alt. So, if you want to be... How? We? I volunteer to break the eggs. Das ist Chloe? Was? Mom said it's a pig. Krass. Und das ist das... Und das ist der richtige Vater, William. Right, like you're the real cook here. Oh, ich komm da grad gar nicht drauf, klar. I'll let her know that. Now I get to take a picture. Strike a pose. Make me a star. Just make me look young. Young aussehen. Let's Licht. Eine Errungenschaft haben wir bekommen. Ist das eine Zeitschrift? Man. Ich erinnere mich, Chloe, das zu lesen. Aber nicht nach heute. Ist ja krass. Krass. Okay, ich glaub wir haben irgendwie eine neue Fähigkeit entdeckt oder so. Das konnten wir doch nicht vorher, oder? Oder hab ich das... Nein, das konnten wir nicht vorher. Das haben wir doch gerade erst entdeckt. I forgot about this. Back to the Lighthouse. Der, thanks for the day trip to the Lighthouse. The sketch is for you to always remember. Lauf, 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 Chloe. Krass. Hey honey, just making a fabulous breakfast with Chloe. My family never took fun, goofy photos like this. Max, we're all going to work at the two whales. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course, I'll come pick you up. Now I'll have an excuse to get a mocha. Be there shortly. Love you. Oh mein Gott, als ob wir das jetzt ändern können. Der hat ein Auto und voll, ne? You are ridiculous. You'll be grateful for that someday. Shit, where are my keys? That's a dollar for the swear jar. You mean your college fund? Keys, please. Äh. Boah, wie krass. Als ob wir das jetzt ändern können. Als ob wir jetzt die komplette Zukunft verändern können. Äh, das ist sehr heftig. Aha. Spulen zurück. Nein, nein, gar nicht so weit. Nein, 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 gar nicht so weit. Gar nicht so weit. Gar nicht so weit. Nein. Hör auf. Hör auf. Hahaha. Scheiße. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte gar nicht so extrem weit zurück. Okay. Ähm. Ey, ich muss mir nochmal die Steuerung angucken. Wir verstecken nämlich jetzt die Schlüssel. Weil ich muss das nochmal lernen mit diesem Vor- und Zurückspülen. Das geht ja gar nicht. Hey, honey. Just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. Hey, honey. Just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. Da bin ich ja echt mal gespannt, was das jetzt ändert. Weil ich meine, das ist ja schon eine riesen Änderung, ne? Oh, ich wusste nicht, dass du die Koffer bekommen musst. Natürlich, ich werde dich aufhören. Jetzt habe ich eine Entschuldigung, um eine Mocha zu bekommen. Ich bin da sicher. Ich liebe dich. Und der William scheint ja ein echt toller Vater zu sein. So wie er es jetzt den Eindruck macht. Sie hat nicht so viele Koffer von delicious Grub, um uns zu feiern. Sie sind schuldig. Sie werden uns auch noch ein paar Dank für das. Scheiße, wo sind meine Schlüsse? Das ist ein Dollar für den Swear-Jahr. Du meinst dein Koffer-Fonds? Schlüsse, bitte. Was sind diese Schlüsse? Und jetzt ein Dollar für den Swear-Jahr! Du bist zurückgebrotten mich! Ich wusste, dass das nicht mehr kommt. Ich wusste, dass das nicht mehr kommt. Ich wusste... Ich wusste... Und keine Schlüsse? Leute, kann mir mal jemand erklären? Nein, nichts. Boah, ich krieg noch die Krise, ne? Achso, warte mal. Die hab ich ja schon in die Blumen getan, ne? Rapp. Ich muss die Schlüsse schlagen, oder... Ich muss die Schlüsse schlagen. Im Papierkorb? Nee, hörst du auf jeden Fall. Im Papierkorb. Ich bitte dich, das muss man hören. Unterm Sofa. Schlüssel verstecken. Kann man unterm Sofa... Unterm Sofa legen? Hallo? Hey, Honey. Vor allem, warum piept ein Schlüssel? Kann man das mal einer von euch erklären, warum ein Schlüssel piept? Was? Das ist ja krass. Das ist ja krass. Okay, Leute, es könnte sein, dass man das da nicht hört, weil das halt eingeschlossen ist. Okay, nach oben kann man nicht gehen. Aber wir haben einen Schlüssel versteckt. Warum kann ein Schlüssel bitte Geräusche machen? Jetzt bin ich aber mal gespannt. Shit, wo sind die Schlüssel? Ein weiterer Dollar für die Schlüssel? Du bist mir verabschiedet. Du bist mir verabschiedet. Das gibt's doch nicht. Verdammt Scheiße. Und nein. Und jetzt ist das jetzt nicht euer Ernst. Nein, stopp, stopp, stopp. Wo soll ich den denn hin tun? Menschenskinders. Kann ich den rausschmeißen? Schlüssel werfen? Geht doch. Jetzt muss es funktionieren. Entschuldigung, Leute, dass das hier so viel Zeit in Anspruch genommen hat. Ich weiß, ich habe die Schlüssel hier. Ich weiß es. Ich habe alles über dich, little buddy. Lass die Schlüssel. Natürlich. Das letzte Mal, ich habe von Spy Guy Elektronik. Du kannst den Bus, nicht wahr? Der Stopp ist direkt nach der Straße. Das kann ich machen. Good call, Max. Oh, ja. Der Bus ist großartig. Es kommt immer 15 Minuten. Und da wird viel mehr room für dich und Joyce. Und die Grocerer. Und es wird saveen die Umwelt. You sold me already. I'm off to yonder bus stop. Joyce will love this. Max, you are being so fucking strange. You feel okay? Chloe, I am awesome! We are awesome! To be continued... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh mein Gott, die sieht ganz anders aus, die muss anders aussehen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Alter. Boah, Leute, ich komm gar nicht klar. Du Scheiße. Boah, meine Augen. Boah, ich bin voll am Heulen. Oh, fuck. Oh mein Gott, fuck. Oh, Leute, ich wusste, dass ich einmal heulen werde in diesem Scheißspiel. Und die nächste Episode werde ich mit Facecam machen. Habe ich mir gedacht. Boah, scheiß, die waren dann. Ja, dieses Spiel gibt mir, glaube ich, echt den kompletten Rest, Alter. Oh mein Gott. Leute, ich bin gerade richtig, emotional richtig gekrennt. Ich bin gerade richtig am Heulen. Leute, ich wünsche euch einfach nur einen wunderschönen Tag. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und es tut mir leid, euch jetzt total. Ich wünsche euch einfach nur einen wunderschönen Tag. Und genieße einfach nur euer Leben. Und wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ich würde mich riesig drüber freuen. Und wow, das war Episode 3 von Life is Strange. Wir werden uns in der nächsten Episode wiedersehen, Leute. Diesmal wahrscheinlich mit Facecam. Vielen Dank fürs Einschalten. Es war wieder eine wunderschöne Episode. Und die vierte wird auf jeden Fall noch kommen. Habt einen wunderschönen Tag, Leute. Und die vierte wird auf jeden Fall noch kommen. Und die vierte wird auf jeden Fall. 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 Und die vierte wird auf jeden Fall.